Piesla, du warst Grapp, ich bin Justin und heute machen wir Oma helfen Teil 9 und heute machen wir Oma helfen Teil 9. Wenn ihr Teil 10 wollt, 150 Likes. Hast du dein Handy weg? Nein, mach gerade Oma helfen Teil 9. Nein, nein, das ist nicht so leid, wir müssen es nicht so leid. Entschuldigung. Nein, ich probiere es nicht, das wird nicht gehen. Das bringen wir nicht. Leute, ich glaube das letzte Video hat 14 Minuten gedauert. Es tut mir leid, ich habe 13 gesagt. Ja, ich kann es hinterher. Leute, Entschuldigung. Geh es weg und hol es mir hin. Oma, ich kann es. Es sei denn Leute, ich druck mal kurz auf Pause, dann sehen wir uns gleich. Okay Leute, wir haben es reingestellt. Ich habe eine Session Kappen. Honk Smash. Und Leute, ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie lange ich dieses Video machen kann, weil Versprechen kann ich leider keine machen. Und Leute, ich glaube ich mache das Video heute bei 11 Minuten oder bei 12 Minuten. Aber ich kann es euch nicht versprechen, ob es 11 und 12 Minuten dauert, weil ich bin so ein Versprechmein nicht. Entweder es dauert 11 Minuten Leute oder 12. Es ist etwas schwitzig. So, dann führ mir das Code. Ja, man sagt, dass du da stehst, jetzt sie da weit her und dann frag ich die Mama, was sie damit teilt. Weißt du? was ist denn das code? Leute wir sind ja gerade da unten bei Rudi gewesen und jetzt sind wir wieder raufgegangen und Oma Feigls das Code auszulehren hat meine Hüfte auch passt Oma lass los ich kann das selber ich bin ein andermann da fucking oh der hat zung der hat zung oh mein Gott mit Geduld und Spucke fängt man ein und wenn sich das Video aufhängt Leute I'm so sorry ihr wisst wenn sich das Video aufhängt I'm so sorry und Oma was favorierst du zusammen da hinten wenn ihr Oma helfen Teil 10 wollt wenn ihr Oma helfen Teil 10 wollt 150 likes und jetzt rufst du die scheiß Karre da zu wie geht's ich drück das noch ein bisschen nieder wieso liegt da ein Kürbis ja dann tue es da her ok ok zuschubsen können wir nicht du Kackpaar du ha 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 treffen uns beim Auto run run no 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 hey ich哎 ich es zum universum gewann Educator du ich 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 Oma się Genau! Wieso ist da Sand drin? Oh mein Gott Leute, das ist Sand! Wer zum Guckuck hat da Sand eigentlich da? Ich muss ihn mal wieder angucken. Vielleicht der heilige Guckuck. Der heilige Fett. Vielleicht der heilige Fett. Sind wir heulig? Wollen wir den Papa mal fragen? So, ich habe wieder geholfen. Sehr brav, sehr brav. Na, sehr schön, bist du noch weiter rausgekommen? Okay Leute, ich beende dieses Video, weil ich habe Oma geholfen. Wenn ihr Oma helfen Teil 10 wollt, 150 Likes. Bei Oma, bei Oma helfen Teil 10, da rufe ich wieder. Oder Oma? Ja. Passt, dann... Peace! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.